Frage, was bietet die geschlossene Kohlendioxid-Komfortgas-Behandlung nach Kovarik mehr als die Sauerstofftherapie? Bei beiden Methoden kommt es doch zu verbesserter Sauerstoffsättigung. Antwort, die geschlossene Kohlendioxid-Komfortgas-Behandlung nach Kovarik respektive Bioterik weist eine ganze Reihe grundlegender Unterschiede auf. Die wichtigsten Unterschiede CO2-Behandlung erhöht die Sauerstoffsättigung durch den aktiven Training der Gegenregulation, durch das Bohreffekt. Die Sauerstoff-Inhalation dagegen spendet Sauerstoff nur passiv. Bei der CO2-Behandlung nach Kovarik ist die lange Behandlungsdauer 45 Minuten vorgeschrieben. Bei Sauerstoff-Inhalationen dagegen sind nur kurze Behandlungsdauer 10 bis 15 Minuten üblich. Der Körper kann keinen Vorrat an Sauerstoff anlegen. Durch die serielle Kohlensäure-Behandlung wird eine jahrelang andauernde positive Sauerstoffsättigung antrainiert. Die serielle Sauerstoff-Inhalation ist passiv und bewirkt nur episodische, also keine nachträgliche Verbesserung der Sauerstoffsättigung. Die CO2-Behandlung hat keine Nachteile, weil keine Sauerstoff-Radikale entstehen. Aufbauende Stoffe werden vermehrt synthetisiert. Dies bewirkt eine Verjüngung, ein aktives Anti-Aging. Die Sauerstoff-Therapie dagegen steigert die Verbrennungsprozesse. Sauerstoff-Radikale zerstören aufbauende körperlichen Substanzen z.B. Hormone, Enzyme, Proteine und andere aufbauende körperlichen Substanzen. Dies bewirkt eine vorzeitige Alterung. Das CO2-Selbst ist ein Radikalempfänger. Es sind keine zusätzliche Ausgleichsstoffe und keine Nebenkosten nötig. Die Sauerstoff-Therapie wäre ohne zusätzliche Radikalempfänger, welche die Nebenwirkungen mildern, ein Kunstfehler. Das CO2-Selbst ist das beste Mittel zur Optimierung der Mikrozirkulation. Sauerstoff dagegen beeinflusst die schlechte Mikrozirkulation, schlechte Durchblutung, nicht. Nach der Kohlensäure-Behandlung werden Blutkörperchen wieder elastisch. Schon deswegen wird die Rheologie, die Blutflüsseigenschaften, verbessert. Die Sauerstoff-Therapie hat keinen Einfluss auf die Blutflüsseigenschaften. Die eventuell rigiden Blutkörperchen bleiben bestehen. Das CO2-Bad beschleunigt die Lymphomotion, die Peristaltik der lymphatischen Venen. Sie saugen die extravasale Flüssigkeit auf und bringen sie zum Blut. Das Blut wird natürlich verdünnt. Die Flüsseigenschaft des Blutes wird dadurch nochmal verbessert. Die Sauerstoff-Inhalation hat diesen Effekt nicht. Das Kohlensäure-Beat erweitert die Mikrokapillaren. Der sogenannte Düsen-Effekt wird beseitigt und die Schergeschwindigkeit der roten Blutkörperchen wird verlangsamt. Es bleibt mehr Zeit für den Gasaustausch zwischen den Blutkörperchen und den Zellen. Das verbessert die Sauerstoffzufuhr in die Zellen und auch die Entgiftungsvorgänge aus den Zellen. Die Sauerstoff-Inhalation hat keinen Einfluss auf den Düsen-Effekt und die zu schnelle Schergeschwindigkeit. Es bleibt weiterhin nur wenig Zeit zum Gasaustausch zwischen den Blutkörperchen und den Zellen. Dies verschlechtert die Sauerstoffzufuhr in die Zellen und benachteiligt die Entgiftungsvorgänge aus den Zellen. Das CO2-Bad hat noch weitere Vorteile. Durch den starken Absaugeffekt an den Lymphen wird die Transitstrecke zwischen der Kapillare und Zelle verkürzt und der Stoffwechsel in jede Richtung beschleunigt. Die Sauerstofftherapie hat keinen Einfluss auf die Transitstrecke zwischen den Kapillaren und den Zellen. Die Zeit zur Gas- und Nährstoffzufuhr und für den Abtransport von Zellprodukten, Aufbaustoffen und Botstoffen wie Proteine, Zucker, Hormone, Enzyme bleibt verlängert. Durch den Ansaug-Effekt der CO2-Behandlung wird das Blut mit viel nährstoffreicher Lymphen mit Proteinen, Hormonen und Botenstoffen angereichert. Das wirkt wie innere Nährstoffinfusion. Die Sauerstofftherapie bringt dem Blut keine neue Aufbaustoffe. Die lange CO2-Behandlung versetzt den Körper in die Trophotrope, Anabole-Aufbauphase. Neue Aufbaustoffe werden in der Peripherie sogar in der Größenordnung von bis zu 200% und mehr zusätzlich synthetisiert. Das gilt nicht für die Katabole-Sauerstoff-Inhalation. Dabei werden die alten Baustoffe an der Peripherie verbrannt. Ich merke eine sehr starke Durchblutung und der Körper wird, ich habe das Gefühl, wie wenn der Körper eben ganz, ganz stark durchblutet ist. Ich schwitze auch und fühle mich auch nach der Behandlung sehr frisch. Als ich zu ihm kam in die Praxis, fühle ich mich auch körperlich sehr, sehr schlecht. Die Ablagerung, diese Rückführung des Kalziums in Noten hat sich nicht weiter verringert. Im Gegenteil, es ist gestiegen. Und körperlich fühle ich mich, seit ich die Therapie mache, sehr, sehr viel besser. Und in den letzten Monaten habe ich so gut wie fast keine Beschwerden mehr. Die Konzentrationsfähigkeit finde ich auch sehr, sehr viel. Ich meine, der gesamte Zustand hat sich zusehends verbessert, sogar für mich merkbar verbessert. Denn oft merkt man das selbst gar nicht, in welchem Zustand man sich befindet. Aber jetzt, nach der Behandlung, ist es ganz, ganz offensichtlich, wie gut ich mich fühle. Auch von der ganzen Konstitution, die ganzen Immunkräfte sind gesteigt. Ich bin lang nicht mehr so viel krank wie vorher auch.